Detalisieren für den humanitären Erfolg, Fortschritt mit dem Film-Bike galakom.tv zwischen Wasserzell, Güsteldorf, nicht Güsteldorf und Georgensgmünd, Germany. Wieder einmal die etwas andere Perspektive, live in der Natur für die Natur. Dynamik Tour, für fuhren humanitären Fortschritt. Und nun kommt der Bagger, in etwas andere Perspektive. Untertitelung des ZDF, 2020